So, also herzlich willkommen im Stallhof, einem Teil der sächsischen Residenz. Und wir werden heute mal den Stallhof wieder nutzen, für was er mal gebaut worden ist. Nämlich zum Feiern, zum Tanzen, zum Amüsieren, zum Platsch, zum Tratsch. Und es wurde gerade ein Fundstück an mich herangetragen, wenn also einer der Herren eine Schnalle vermisst, die Schnalle wäre bei mir in meiner Jackentasche. Es hat sich also schon der Besitzer gefunden. Ja, uns geht nichts verloren. Und solange wir alle unsere Juwelen an uns behalten, die Sonne heute noch 5 Uhr sein kann, ist ja wunderbar. So, wie schon vor uns gesagt, jetzt die zweite Möglichkeit zum Hall in the Wall. Alle bitte wieder aufstellen, am besten hier so auf dieser schönen freien Fläche. Also, das ist ja auch eine Touristin. Ich bedanke mich recht herzlich und die Tänzer werden es alle gemerkt haben, weil Canaletto ja etwas langsam früher gearbeitet hat, gab es jetzt etwas mehr Musik, damit Canaletto ganz viel Zeit hatte. Ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, dass er gar nicht so lange tanzen musste wie sonst. Aber ich dachte, der Kampiente hier ist dafür doch ideal geeignet. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, die Beine wieder etwas auszuruhen beim Laufen. Wir würden also den Stallhof hier vorne verlassen Richtung Fürstenzug, den Fürstenzug vorbei und würden uns dann sammeln. Bitte auf der Freitreppe zur Prüdischen Terrasse zu einem großen Gruppenbild. Es wäre sehr schön, wenn ich euch dort alle wiedersehe. Und jetzt bitte ich, dass wieder das Banner und die Fahnen vorangehen und dann Stopp machen an der Freitreppe zur Prüdischen Terrasse. Dankeschön und auch viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.